breakfast mit kelle im multiplayer mit ganz vielen rammkittys leider hier in die lobby oh nein der platz 13 der bus zieht rüber ich komme nicht am bus vorbei wo er weißt du vor mir ist ein guter freund kim jong Gucken wir, ob ich rankomme. Oh, Bus fährt rückwärts. Aber das Welt, der kein Junge erwischt. Hab ich gesehen. Aber rückwärts dann auch verboten. Ist eigentlich auf dem Server. Richtig, Bus. Ich hab noch einen HP. Ne, das war's. Bin tot. Ich hab 99. Das ist die Idee. Oh, keine Bus ist tot. Oh, gut. Oh, Keller auf dem ersten rumgelackt. Oh, ich hab noch einen Bus. 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 Brüder, Drecksmacht, Digane. Sigh. Wie weit ist der Banana-Typ von dir weg? Oder ist das der? Sekunden, 0,4 Sekunden. Das ist der da vorne, okay. Ja. Gerade hole ich auf, weil ich gerade hole... Oh, und weg! ...eine ganz gute Linie erwischt. Oh, der Dritte mischt sich mit ein. Der kam auf einen Angebang. Kannst du wohl eingesarieren? Ach, Gott. So ein dreckiger Bastard. Ich hab den nicht weggerannt. Der Dr. Sonsrat, der haut mich weg. Jetzt hat er die Lucifer hinter mir. Und der Bus ist von vorne. Das war, ich schätze mal, ganz risky Böse, den scheiß Bus außen zu überholen. Nein, scheiße. Puh, Glückwunsch. Ach, Blüter. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Shly. Oh, war es hatch. Aw. Oh. Nix, näh. Nice. Wo ist mein Controller? I have here. In the surface of everything. Where we can belong. It feels like we already can. federung der hererstellen erreicher gleich level 17 und wie viel money hast du schon 12 um den bulldog full aufzutuben muss ich halt level 34 sein ein paar jahre noch ein bisschen für zu spielen ich glaube auch in diesem spiel dauert das level auf jedem level gleich lang ich glaube du brauchst für level 32 genauso viel ep wie für level 5 kann sein mitten drin der fährt nicht los oder fernlos der oben hat der ganz hier drüber nix durchgelackt platz hier 70 läuft noch diese auch alle bei ihrem mattinger diesen einen bügel darüber haben für extra mehr stärke da weißt du schon die sind alle zum ramm auf live der mattinger nicht angehalten in der kurve ja vor allem der mattinger hat mich nicht erwischt sondern denen die ich aus dem weg gedreht habe ich gab doch gerade gehen wollte schulbos steht in der schikane quer kann man nur so hobbylos sein oh gott jetzt wird mich der mattinger weghauen nee der ist hängen geblieben der weinprozent dann ist der vorbei ist vorbei nice das hat der scheiß wo ist denn der kurve ah fuck man musste sich da jetzt jedes mal hinstellen ich hätte mir keinen überrundeten zum feind machen sollen nicht gut oh gibt gas ich gucke mal ob ich mir ein auto kaufen kann gutes a-fahrzeug kriegst du aber auch erst mit 25.000 credits oh mal schauen welch ich mich ein gag für schon kann ich tun na viel wirst du da aber auch nicht tunen können weil du da halt auch ein level für brauchst naja krass das ist aber nicht voll gescheuert 12.000 credits oh shit ich kann den mattinger quasi nicht leisten jawoll schnellste rennenrunde sorry na gut na gut wäre sehr knorkel wenn der mattinger hier den zack storm äh den tomtom bekommen würde ja ah das war nicht so gut aber hat gereicht zum loben oh oh nicht gut äh du welches server von denen ist online die ja nur zwei babys 1 server aber ich glaube das sind keine spezialverserwerden aktiviert wo darf uns kommen können wir machen und deshalb aktuell follower hat der wende ja ich bin gleich durch die mit der runde aktuell sie mir denn schon mal weil das ist der erste leute es wird mattiger erste wo steht letzte runde kommt ja er fett fingert dass die finish line kommen drehen sie auto nein 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 hat nicht gereicht alter war das knapp eine zehntel auch mann ich glaube ich habe die schnellste runde ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017